Liebe Studentin, lieber Student, heute behandeln wir das Thema Negationen. Sehen Sie sich bitte die Tafel 14a an. Da haben Sie auf der linken Seite das Positiv und auf der rechten Seite die Negation. Die ganz allgemeine Negation von Ja ist Nein. Kommst du Ja oder Nein? Nein, ich komme nicht. Die Negation des unbestimmten Artikels Ein ist die Negation Kein. Also ist das ein Tisch? Nein, das ist kein Tisch. Ist das ein interessantes Buch? Nein, das ist kein interessantes Buch. Die Negation von Etwas ist Nichts. Gibt es noch etwas? Gibt es etwas? Nein, es gibt nichts. Die Negation von Jemand bei Person. Kommt Jemand? Nein, es kommt Niemand. Die Negation von Schon ist noch nicht oder kein. Beispiel. Ist schon jemand da? Nein, noch niemand ist da. Möchtest du noch eine Tasse Kaffee? Nein, ich möchte keine Tasse Kaffee mehr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.